Im heutigen Video zeige ich dir 7 Tipps und Tricks, die dich zum solchen Profi machen. Für mehr Plague Inc. Videos abonniere meinen Kanal, aktiviere die Benachrichtigungsfunktion und lasse einen Like da. Falls du Fragen hast, einfach damit in die Kommentare und ich werde die Frage auf jeden Fall beantworten. Tipp Nummer 1, unentdeckt bleiben. Das Wichtigste in Plague Inc. ist, dass unsere Seuche nicht entdeckt wird und du kannst dagegen entgegenwirken. Und zwar wie folgt, wenn du mal in die Symptome reinschaust, dann sehen wir hier unten einen schwere Balken und das hier ist die Grenze. Sollten wir über diese Grenze rüberkommen, dann ist es so, dass aufgrund der Symptome die Leute zum Arzt gehen, die Symptome untersucht werden und ein Seuchentyp entdeckt wird. Und das ist etwas, das möchtest du auf keinen Fall. Wie kannst du nun dagegen vorgehen? Es ist ganz einfach, alle Symptome, die sich mutieren, wirst du zurückentwickeln. Du siehst jetzt hier oben den Husten. Das ist ein Symptom, den lasse ich persönlich immer weiterlaufen, weil du den mit Sicherheit am Ende noch brauchen wirst. Und die Entwicklungskosten, also wenn er sich mutieren sollte oder du selber die Punkte investierst, kannst du gerne machen. Aber alles weitere, was sich hier mutiert, wirst du zurückentwickeln. Und du siehst jetzt auch schon hier, wir bekommen zwei DNA-Punkte zurückerstattet, wenn du ein mutiertes Symptom zurückentwickelst. Das bedeutet, es ist natürlich nicht nur gut für deine Schwere, um unentdeckt zu bleiben. Du bekommst durch die Rückentwicklung auch noch DNA-Punkte zurück. Tipp Nummer 2, beste Startländer. Bei den Startländern kommt es natürlich darauf an, spielst du mit Bonus-Gene oder spielst du ohne Bonus-Gene. Und da habe ich eben zwei Tipps für dich. Wenn du mit Bonus-Gene spielen solltest, dann wähle als Startland Ägypten. Wenn du ohne Gene spielen solltest, dann wähle das Startland Indien. Warum? Indien hat den Vorteil, gerade bei Spielen ohne Bonus-Gene, wir haben hier eine sehr extrem hohe Bevölkerungsdichte und können hierdurch eine rasche Verbreitung garantieren. Wenn du mit Bonus-Gene spielst, empfehle ich dir natürlich den Wasser-Bonus und Ägypten. Warum Ägypten? Ägypten hat zwei Häfen. Also die Schiffe, die hier unten rausfahren, sind hauptsächlich dafür verantwortlich, dass sich die Seuche hier unten ausbreitet. Und die Schiffe, die hier oben rausfahren, natürlich in dem Bereich. Das heißt, du kannst dein Startland für dich nutzen mit dem Wasser-Bonus-Gen, um deine Seuche schneller zu verbreiten. Wenn du keine Bonus-Gene nimmst, nimm Indien. Aufgrund der Bevölkerungsdichte erreichen wir hier im Land selber eine rasche Verbreitung und können dann auch ziemlich rasch garantieren, dass sich die Seuche über das Flugzeug oder über die Schiffe verbreitet. Tipp Nummer 3. Wie zum Teufel infiziere ich Grönland? Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Durch die Taktik, die wir grundlegend fahren mit der Infizierung und das Unentdecktbleiben unserer Heilmittelforschung, haben wir natürlich deutlich mehr Zeit. Und du kannst dementsprechend für die kalten Regionen auf die sogenannten Kälteresistenzen gehen. Du siehst es jetzt hier. Kälteresistenz 1 und Kälteresistenz 2. Das sorgt natürlich dafür, dass sich dein Seuchentyp auch relativ schnell in den kalten Regionen ausbreitet. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass du auch deine Übertragung über Wasser ausgebaut hast. In den meisten Fällen ist es so, wir bekommen Island als erstes und danach Grönland. Warum ist das so? Wir haben hier in Island eine Anbindung vom Hafen und vom Flughafen, also per Flugzeug und per Schiff. Und die Haupttransitquelle des Schiffes ist von Island nach Grönland. Das heißt, mit dem Kälteresistenz-Bonus, den du weiterentwickelst in deinen Fertigkeiten, wirst du in den meisten Fällen zuerst Island bekommen. Und wenn du dann deine Wasserübertragung ausgebaut hast, werden hier dementsprechend auch die Schiffe auf Grönland rüberfahren mit infizierten Leuten. Der zweite Vorteil von deiner Kälteresistenz ist es natürlich, wenn du deine Kälteresistenz voll ausgebaut hast, ist die Verbreitung in den kalten Regionen auch schneller. Es kann natürlich sein, dass du Grönland und Island infizierst, sich aber hier dein Seuchentyp extrem langsam weiterverbreitet. Das liegt an der Kälteresistenz. Da eben von Grund auf dein Seuchentyp noch nicht gegen diese Kälte extrem vorgehen kann. Baue deine Kälteresistenz aus und Grönland ist kein Problem mehr. Tipp Nummer 4. Rückentwicklung von Übertragungen, sobald du alle Menschen auf der Erde infiziert hast. Schauen wir mal rein. Du siehst jetzt hier, wir haben, wenn wir hier mal reinschauen, keinen einzigen gesunden Menschen mehr auf der Erde. Wir haben jetzt alle infiziert. Damit du jetzt weiter Punkte bekommst, ist es bei den meisten Seuchentypen so, dass wir für die Rückentwicklung DNA Punkte dazu bekommen. Wir brauchen natürlich jetzt keine Ansteckung mehr, da schon alle Menschen infiziert sind. Das heißt, du rückentwickelst alle Symptome bzw. Übertragungsarten, die ansteckend sind. Die Reihen nur ansteckender Natur sind. Du wirst sie nicht mehr brauchen. In den Fähigkeiten selber kannst du jetzt beispielsweise auch noch die Kälteresistenz und die Hitzeresistenz zurückentwickeln, da wir das auch nicht mehr brauchen. Was du auf keinen Fall zurückentwickeln solltest, ist die Arzneimittelresistenz bzw. wenn du den Schritt schon gegangen bist für die genetische Verhärtung, natürlich die genetische Verhärtung auch nicht zurückentwickeln. Weil das ist unsere direkte Verbindung für die Genumbildung. Die Genumbildung kannst du dann dafür verwenden, falls das Heilmittel bzw. die Heilmittelforschung einsetzt und du am Ende Probleme bekommen solltest mit der Heilmittelforschung, kannst du deine Punkte auf die Genumbildung investieren, um das Ganze um 10-15% des Heilmittelfortschritts zurückzusetzen. Das hilft dir ungemein. Tipp Nummer 5. Tödliche Symptome entwickeln. Wir haben alle Leute auf der Erde mit unserer Seuche infiziert und wir müssen natürlich jetzt schauen, dass wir die Seuche dementsprechend so weit modifizieren, damit wir den Ausrottungsprozess starten können und natürlich auch schnell durchgehen können. Das heißt, wenn du alle infiziert hast, die Heilmittelforschung sollte noch bei 0% sein und du jetzt entsprechend deine Übertragungen zurückentwickelt hast, um die Bonus DNS bzw. DNS Punkte mitzunehmen, dann zeige ich dir jetzt meinen Lieblingspfad zur Tötung. Und zwar das Husten, falls es sich noch nicht mutiert hat, musst du es jetzt natürlich kaufen, falls es sich mutiert hat und du das Ganze weiter laufen hast lassen. Gut, wir nehmen jetzt das Niesen mit rein, danach gehst du auf die Immunsuppression und danach gehst du auf das vollständige Organversagen und du siehst jetzt hier schon, die Tödlichkeit steigt rapide an. Es ist auch so, wenn du jetzt das Ganze tödlich schaltest, jetzt wird die Heilmittelforschung natürlich ansteigen. Es gibt auch noch ein zweites Symptom, was ich gerne mit reinnehme, sobald die Punkte vorhanden sind und zwar, wenn du hier dann über das Fieber und die Hautläsion auf die Nekrose gehst. Das heißt, die Nekrose sorgt nochmal für eine starke Tödlichkeit. Das Fieber ist noch etwas tödlich, aber die Nekrose wird nochmal einen richtig schönen Boost geben, was die Tödlichkeit angeht. Tipp Nummer 6, Bekämpfung der Heilmittelforschung. Wir haben ja jetzt unseren Seuchentypen tödlich gestalten. Und du siehst jetzt auch hier die Heilmittelforschung und der Heilmittelforschschritt hat eingesetzt. Wie kannst du nun dagegen vorgehen? Und zwar in den Fähigkeiten gibt es hier einmal die genetische Verhärtung und die Genumbildung. Die Genumbildung kostet 29 DNA Punkte und du siehst jetzt, ich habe nur 6 zur Verfügung. Wie funktioniert das dann? Das ist kein Problem. Dadurch, dass wir jetzt extrem schnell töten, wird auch unser Pool von DNS-Punkten ansteigen. Ich zeige dir das kurz. Ich lasse das Ganze jetzt hier laufen und du siehst, unsere Punkte steigen weiter. Natürlich auch das Heilmittel bzw. die Heilmittelforschung, aber wir sind gut dabei, was jetzt die Tötungsrate anbelangt. Und je weniger Leute übrig sind, die an einem Heilmittel forschen können, desto langsamer läuft natürlich auch der Heilmittelfortschritt. Weil die Wissenschaftler irgendwann mal von unserer Seuche eben auch beiseite geschafft werden und diese Leute können natürlich dann nicht mehr an einem Heilmittel forschen. Solltest du hier Probleme bekommen, wie gesagt, gibt es hier den Punkt Genumbildung. Die Genumbildung sorgt dafür, dass der Heilmittelfortschritt zurückgesetzt wird. Ich werde das jetzt in diesem Turn nicht brauchen, aber ich werde dir das einmal kurz zeigen, wenn wir jetzt die Genumbildung für 29 DNA-Punkte entwickeln. Bitte merken, wir sind hier bei 74% und ich haue jetzt die Genumbildung mit drauf. Einmal hier kurz darauf achten, was damit passiert. Wir setzen das Ganze auf 61, von 74 auf 61% zurück. Es gibt drei Stufen der Genumbildung, 2 und 3. Das heißt, du kannst das Ganze dreimal durchmachen. Also wenn es eng werden sollte, dass Heilmittel bei 90 bis 95% ist, hau eine Genumbildung drauf und du wirst den Heilmittelfortschritt zurücksetzen. Tipp Nummer 7. Schau dir meine Lösungsvideos an. Ich habe sehr, sehr viele Lösungsvideos in meinem Kanal. Die Playlist dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Schau es dir einfach mal an. Mach es eins zu eins nach und du wirst den Seuchentyp garantiert schaffen. Aber zum Schluss werde ich natürlich hier jetzt noch weitermachen. Ich gehe auf die Nekrose. Das erhöht die Tödlichkeit nochmal deutlich und wir werden natürlich jetzt mit unserer Seuche die Menschheit auslöschen. Und damit hat Sackjucken wieder alles Leben auf der Erde erfolgreich ausgelöscht. Lass ein Abo da und aktiviere die Benachrichtigungsfunktion über die kleine Glocke. Lass ein Like da. Falls du noch Fragen hast, einfach damit in die Kommentare. Ich werde jede einzelne Frage beantworten, die du hast. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Euer Jinx Sackjucken 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 Sackjucken